Da ist halt tatsächlich noch ein dritter, ne? Es sind zwei. Nein, das ist nicht zum Ätzen. Das ist die falsche. Moment. Ich steh mitten in den drin. Der muss stehen bleiben. Ein herz erfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Journey to the Savage Planet mit Nifers. Hallo, ich hole mal eben Grop, ne? Wir sind gerade dabei, Experimente zu starten. Hier ist ein Teleporter, ich hole mal eben Grop. Oh ja, zehn Grop, oi, dann nehm ich auch. Doch hier waren wir schon. Ne, wir sind den Weg noch nicht gegangen. Wir haben den Teleporter, aber diesen Weg nach rechts haben wir ihn genommen irgendwie. Das halte ich für ein Gerücht, aber ist okay. Echt kein Gerücht. Grop! Zufälligerweise gibt es jetzt auch noch die Werbung für Grop. Ich hab'n Grop. So, 20 Grop hab' ich. 20? Spaß. Ja. Welche war das jetzt? Meteoritenkrater, ne? Ne, das hier mit dem... Oh, doch. Ja. Ja, war falsch. Hab' mich auch gewundert. Wo bin ich? O, bo, 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 b, bo, bo, bo. Einer ist hier. Oh nein. Gehst du? Nein, okay. Okay. Hallo! Da hätt' ganz blutunter laufende Augen. Friss mal was. Ah doch, hier waren wir schon mal. Oder hast du das One-Up hier gerade gesammelt? Nee. Hopp. Dann waren wir hier schon mal. Was wir das Vieh nicht gesehen haben damals. Das kommt jetzt wieder, das Vieh. Vielleicht. Da ist er. Warum? Leben lassen wolltest du ihn nicht, ne? Was? Du wolltest ihn nicht leben lassen, ne? Hattest du die Probe von ihm schon genommen? Äh, da konnten wir keine nehmen. Okay. Wie viele Birds haben wir denn jetzt hier? Zwei. Ich seh nur einen. Ich hab hier zwei. Achso, zwei. Die müssten ja auch eigentlich zeitgleich spawnen hier fast. Ich fütter die mal ein jetzt hier. Eigentlich. Mal gucken, wie viele wir haben hier. Zwei. Zwei sind hinten bei dir. Ja. Hiiii. Wie auch Kacke rauskommt. Du schon wieder. Ja, ich wollt grad sagen, da ist er ja wieder. Gesehen. Der zählt auch, ne? Jetzt sind drei hier. Drei Piepmetzer, oder zählt's jetzt das Ding mit? Ne, drei, ja. Ich sammle nochmal hier alle. Ich glaub jetzt sind das vier sogar. Oh, der eine hat sich, der eine ist verpackt hier. Ne, ne, der kommt schon. Oh, der kommt schon. Ciao. Bella, ciao, Bella. Kann ich das kaputt machen? Ja. Vier, ne? Fünf. Und wie viele sollen's sein? Fünf. Oh, er hängt sogar da drinnen jetzt. Aber ich hab nur drei hier. Hä? Da haben wir vier. Ach, da ist einer. Ich schmeiß einfach ganz viel Grog hier hin. Ich seh vier. Was steht denn da? Töte fünf Kritton. Das zweite Upgrade einer Waffe ist wie ein Flipper. Du solltest es an vielen Feinden auf einmal testen. Das können wir nicht machen, Nephi. Aber wir das Flipper Upgrade nicht haben. Aber wir das Flipper Upgrade nicht haben. Ach so. Und jetzt? Brauchen wir ne Alien-Legierung. Hier seh ich jetzt spontan keine. Ist Ebbe grad. Aber guck mal, wir hatten doch... Das mal zur Zombie-Höhle. Ich weiß, wo die ist. Können wir seinen teleportieren? Ja. Wir müssen in das Startgebiet von dem zweiten Gebiet, wo wir waren. Juckende Felder. Ne. Doch. Juckende Felder, planetarisches Treibgut. Hab ich auch gerade gekleppt. Aua! Was war das? Ich hab was angegriffen. Ach, das waren die Pflanzen. Voll hinterrückseng. Voll gebackstappt. Gibt's hier ne... Wir können auch den Schleim suchen, ne? Ja, ja. Da wissen wir jetzt auch, wie das geht. Also ich war... Also ich hab geguckt. Global hat das auch nochmal in die Kommentare geschrieben. Mein Gott. Hier mit dem Sprung-Upgrade ist das aber alles gar nicht mehr so schlimm. Hopp. Was wollen wir denn hier? Bella, ciao. Bella, ciao. Da war noch eine Elektro-Tür. Die haben wir aber schon aufgemacht. Nee, hier doch nicht. Ich meine ja. Aber hier gibt's auch irgendwo was zum stampfen, glaub ich. Wenn ich mich recht entsinne. Aua. Geheimnis. Die haben wir doch noch nicht aufgemacht. Also, daran erinnere ich mich nicht, Goro. Ah, tschüss zu. Oh. Doch, die haben wir schon gehabt. Nee. Hehehehehe. Oh Gott. Oh Gott, Goro. Oh Gott. Das ist verarschen. Können wir nicht zusammen machen. Nee, das können wir wirklich nicht zusammen machen. Ah. Okay. Nein. Ich schaff das. Mit Damage, aber ich schaff das. Okay. Wie soll man dann da durch die, durch den Dings kommen? Bin durch. Aua. Auch einen Schaden gekriegt, sogar zwei Schaden. Ich bin runtergefallen. Achso. Kann auch einfach unten laufen. Achso. Ja, hier gab's du die Elendee-Legierung. Na gut. Ja dann, Javelin, ne? Ja. Aua. Aua. Ich komme. Was hast du getötelt? Die, äh, Motten hier. Da hoch saßst du? Ja, ist glaube ich egal. Die, die Ecke. Ich glaube hier vorne war ein Teleporter. Ja. Ja. Meine ich mich zu entsinnen, dass hier irgendwo was war. Oder? Ah ja, hier war ein Teleporter, ja. Oh, hier gab's doch bestimmt auch noch ohne Ende Zeug, ey. Ja, drück mal Z. Ganz viele Levels. Oh, oben, über uns. Alter. Ah, das sind alles Level, die brauchen wir alle nicht. Ja. Brauchen wir ja nicht. Ne, ist ja unnötig leider. Leider unnötig. Ab zur Javelin. Ich bin in der Javelin. Hab nur ein paar Pestbomben mitgenommen. Bin ready für... So. Ready für deine Legierung. Ja, ich komm. Ahem. Partner hat hergestellt, Schlagschuss. Sehr gut. Ja, dann ab ins Gebiet, wo die Vögel sind. Schneegebiet? Ne, das war hier... Auf hier Meteoritenkrader. Aufragende Kristalle war nämlich auch zuerst. Ah. Und das war falsch. Das war falsch. Sind wir falsch hier? Ne. Ne. Chill. Ich war im Teleportier-Ding wieder, deswegen dachte ich... Teleportiert? Oh, die schießen wieder auf uns. Ich hätte mir nochmal Grog mitnehmen sollen. Mit einem Schuss? Wie funktioniert der denn? Hätten wir das bleiben mal testen sollen? Äh. Charakter, Kaffe. Ah, ich hab ihn jetzt. Zwe... Zweimal R. Also zweimal aufladen. Nicht schießen jetzt. Ah, wobei, hier sind fünf, ne? Alter. Es sind alle tot. Ich hab alle getötet. Hast du's gekriegt? Ja, ich... Ja. Alter, was ist das denn für ein Schuss, ey? Ja, dann let's go. Warum haben wir den nicht bis vorher gekriegt? Weil wir dachten, der flippert normale Schüsse und dass wir den nicht aufladen müssten. Aber das ist doppelt aufladen. Ich dachte halt echt, der normale Schuss wird geflippert. Ja, das dachte ich aber auch. Und da haben wir ja immer gesagt, nee, das finden wir scheiße. Dann töten wir uns nun selber, haben wir gesagt. Aber dass das doppelt aufladen ist, das muss ich nicht. Woo! Yeah! Congratulations! Danke, danke, danke. Keine Wissenschaftsziele mehr. Ich darf in der Nachricht. Möchtest du richtiges Geld verdienen? Geld, Cash. Der allmächtige Dollar. Magst du Geld? Natürlich tust du das. Willst du mehr Geld? Natürlich tust du das. Sei wie ich. Sei reich. Wie? Ganz einfach. Halte dich an das Vermögenssystem von Chip Richman. Schritt 1. Zücke deine Brieftasche. Schritt 2. Kaufe mein unglaubliches neues Buch. Sei einfach reich, anstatt arm zu sein. So einfach ist das. Goro. Ja? Wir brauchen den Landungsnullifizierer. Okay, ich glaube auch. In diesem 113-seitigen Meisterwerk steckt eine Unmenge wertvoller, gewinnbringender Informationen. Allein schon die Kapitelüberschriften. Visualisieren. Visualisieren. Vorstellen. Aktualisieren. Profitieren. Zertifizierter Reichtum. Kapitel 3. Ich vertraue nur auf Geld. Kapitel 4. Wecke dein inneres Geldgenie. Und Kapitel 5. Begrabe mich mit meiner Kohle. Ich find's gut. Ich bin Fan. Was brauchen wir hier in Legion? Ja. Warum? Zwei, drei Stück brauchen wir. Für den Landungsnullifizierern kriegen wir keinen Fallschaden mehr. Ich überleg gerade, wo wir ganz viele ... ... noch hatten. Wir haben noch eine Quest Hin- und Rückfahrt. Welche ist das? Was ist das? Warum haben wir die? Ach so, startet die Javel in den Neuker nach Hause zurück. Na gut. Ja, das machen wir noch nicht. Ich denke mal im letzten, also das erhöhte Reich. Und dann würde ich schätzen ... Tränen von Tebu. Ich lese immer das kackende Podest. Tränen von Tebu. Das kackende Podest. Ah. Das kackende Podest. Der Flipper schoss. Wenn wir den nur vorher gehabt hätten. Der hat mich so ein bisschen gekriegt, tatsächlich. Z. Nee. Hier ist so gut nix. Hier ist tatsächlich gar nix. Aber wir hatten ja noch so Stammversachen. Vor allem, man muss auch beide Aufladungen schaffen. Ah, ich hab's verkackt. Ich wollte gerade sagen, ist da jetzt nicht die Schwierigkeit, oder? Aber dann ... Ja, zweimal hintereinander ist schon schwierig. Wo bist denn du jetzt hin? Ich bin gelaufen. Hier ist ne Tür für Elektro-Stuff. Aber da ist nur so ein One-Up drin. Ah, nice. Die bleibt jetzt offen. Bei der Käfer die aufgemacht hat. Dann hol ich das eben. Ah, nee, noch nicht. Der Käfer hat's noch nicht. Ich hab den Flipper-Schuss jetzt. Los geht's, Freunde. Boah. Boah. Der trifft ja alle, die hier sind. Die brauchst du nicht mal sammeln, die Viecher. Krasses Story. Oh, hier ist die Lithium drin. Gönn dir, Nephi. Gönn dir. Ah, ich hab ne Legierung auf 100 Meter. Du hast ne Legierung auf 100 Meter? Du bist da hinten. Ich analysiere gerade das Problem. Ich seh's aber noch nicht. Ich komme zu dir. Zu dir geschwebt. Ich bin früher schon im Verein geschwebt. Ja, ich seh ihn auch. 100 Meter. Du hast... Ah, ich seh das Problem. Natürlich recht, mein scharfsinniger Freund. Ich hab hier ein Monsterproblem. Ich arbeite dran. Oh, fast getroffen, Goro. Jetzt hab ich ihn getroffen. Was? 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 Ach du großer Glück. Nochmal aufladen jetzt. Ach, scheiße. Die haben... Die haben ne Panzerung. Oh Gott. Äh. Äh. Sprengung. Warte mal. Sprengung. Ah. Sprengung. Bindegalle. Er ist offen. Oh. Hier ist überall Bindegalle. Jetzt aber. Er ist gebindet. Gebunden. Hä? Es prallt ab. Ich hab ihn... Einen... Er hängt in der Bindegalle. Ja, aber er stirbt nicht, wenn ich ihn drauf schieße. Da sind noch mehr. Jetzt. Da kommt der Nachttisch! Sie kommen! Bindegalle, Difi! Bindegalle! Der eine hängt fest. Aua. Der nicht. Oh shit, Alter. Das für dich, Freund. Bindegalle! Schuss verkackt. Die Tomaten machen wir mehr zu schaffen, als die Viecher. Die Tomaten krieg ich leider so nicht. So spontan krieg ich die leider nicht. Ich hab auch nur noch drei Leben. Da vorne ist noch mal Leben. Ist offen. Muss einmal Leben kriegen. Das war die Legierung, ne? Mhm. Hat das mit der Bindegalle funktionieren? Jaja. Bist du sicher? Ich hab hier auch Bindegalle geworfen hinterher. Okay, hier ist keine mehr. Gott, diese Tomaten. Inventar voll. Ja, nice. Das ist doch nice. Eine haben wir schonmal. Eine haben wir schonmal. Das war schonmal besser als keine. Der Ballert hier mal rum. Ja, weil die Viecher nicht kaputt gehen, weil... Das sind ja die... Bernsteinviecher. Ja, die sind aber böse jetzt. Kannst du mal aufhören, die mir hin zu her zu schicken. Warum? Ja, ganz witzig. Ganz pusierliche Viecher, du. Die werden doch ganz süß. Ja, okay. Das war ja schonmal nicht schlecht, dass wir das haben. Wir müssen uns bestimmt irgendwo anders noch mal hin teleportieren. Optional würde ich jetzt sagen... Die Grube. Ein... Ein Portal gibt es ja auch noch. Das haben wir noch nicht entdeckt. Ja, eben. Hier bei der Grube. Bin ich jetzt. Warte kurz. Häschen in der Grube. Hier sehe ich keine Legierung. Aber guck mal in den Himmel, ob du irgendwo ein Kristall schweben siehst, der rot ist. Ich sehe auf jeden Fall hier so ein neues Vieh. Äh... Ne, der war nicht neu eigentlich. Egal. Den musste ich scannen, dann ist er neu. Nefiats. Roter Kristall? Ne, sehe ich nicht. Wir haben es auch gar nicht geguckt. Guck mal hier überhaupt raus? Das war hier, wo wir gegen die gekämpft haben. Das haben wir hier runtergefallen, weißt du ja. Das sind böse jetzt. Ja... Aber ich habe einen aufgeladene Schuss. Ne, aber hier müssen wir nicht. Hier können wir gehen. Kapuum! Kappuum! Arnold, Arnold, was? Oh, oh, oh. Hilfe! Teleportieren, schnell! Ich bin gleich to-ot! Jaja, vielleicht habe ich auch die schon. Halt man sich in der Javelin? Ich fliege gerade nicht in der Javelin. Jjeлох. Egal, wo du dich bist. Ich habe die Legierung mal weggebracht. Ah, hier ist noch eine 30 Meter. Wo bist du? Ah, da. Sollen. Hier ist auch noch Sprit. Sprit? Für unsere Javelin. Hol du mal die Ellen-Legierung und den Sprit da unten und ich hole den anderen Sprit. Ja, ihr fährt's. Das ist nämlich auch eine Ellen-Legierung in die Richtung. Das heißt, wir holen beide eine Ellen-Legierung und Sprit. Aber wie komme ich denn da runter? Das ist die Sache. Hier kannst du runter. Bei mir. Ist das safe? Geht so. Das ist deine Lieblingsstelle. Da drücken. Ja, da hinten irgendwo, ne? Das war meins da hinten, ne? Ne, da wo ich jetzt... Runter. Du musst es runter. Ja, ja. Weiß nicht, ob das der richtige Weg ist? Das ist jede Wette nicht der richtige Weg. Da in die Richtung sind auch noch Sachen. Ist da ein Weg? Ich muss auf jeden Fall irgendwie runter. Warte, ich guck mal eben. Kram hier krieg. Ich muss da irgendwie hin. Oh nein, hier ist ein Schleim. Ist es das? Das wärs natürlich fatal, wenn ich runter springe und das das nicht ist, ne? Ich glaub, meine Aufgabe wird verzückter als sie wirkte. Hier ist nämlich so ein Schleimvieh. Halt, 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 halt. Ist das richtig hier? Hä? Hä? Wo muss ich mit dir jetzt hin? Da runter? Unter Gegner Schleimvieh? Wo komm ich denn da hin? Oh, ja, ja, ja. Das kannst du essen. Ja, ich hab's. Oh, komm, wir helfen. Ich möchte eher wissen, wie ich da hinkomm. Weil hier ist... Hier ist halt falsch. Das ist aber irgendwo unter der... unter dieser Insel. Dann können wir das eine... Ach, da bist du. Ja, da wollte ich jetzt auch lang. Das ist halt irgendwo unter der Insel. Ja, ich seh's schon. Das ist halt bestimmt ein Stampfer, oder? Hier ist halt falsch. Das ist unter der großen Insel. Äh, da müssen wir uns irgendwie wieder hochzerteportieren. Hatt' ich auch schon überlegt, aber... Dann kamst du schon. Oh, warte mal. Er sagt halt da Geheimnis, ne? Ja, jetzt bin ich hier drüben. Kann das was, oder kann das nix? Ist das... ist das cool, oder ist das nicht cool? Kann ich die Runde hüpfen? Ja. Da ist Boden. Ah. Ja, das ist für n... oder? Ist das n' Aufzug oder so? Höh? Komm, mach. Achso. Sowas hast du gefunden. Ja, die hab ich auch schon gescannen. Da hab ich noch nicht gesehen. Da haben wir schon irgendwie drei Stück vorhin gescannt, oder so. Mit mir meinst du du. Ja. Wo ist denn der nächste Tele? Oben, ne? Ja, hier hinten ist glaub ich auch einer. Ah ja, da hinten drin. Ich stütz ab. In der Höhle. Da runter. Ich bin runtergefallen. Sorry. Du... Aschloch! Wo war der nächste Tele? Ah, hier. Auf die Säulen drauf, ne? So. So verstehe ich das auf jeden Fall. Was soll denn jetzt richtig? Ja. Ah ja. Das ist halt hier drunter. Okay. 30 Meter unten hier. Goro, guck mal hier. Ach, Mensch. Das kann man ja nicht ahnen. Toll. Dafür, dafür. Dass man hier schön ein Level kriegen kann. Das wusste ich natürlich nicht. Also wir müssen... Aber guck mal, es ist so nah und doch so fern. 20 Meter. Es muss hier noch irgendwas sowas geben. Was ist das hier? Ah ne, warte mal. Das ist da, wo wir eben waren. Da hingen wir fest. Es ist genau hier drunter. Ah! Warste? Ja. Glaube ja. Was denn doch? Äh, warte. Ah. Mal weggehen. Wieder auf. Sehr gut. Toll. Was soll das denn? Und man denkt die ganze Zeit... Ah, ja klar. Macht Sinn. Geil. Macht Sinn. Da gibt's bestimmt einen vollen Gang dahin und so. Und dann... Ah, hier, Neville. Hier. 60 Meter. Man muss hoch, um nach unten zu kommen. Bleib mal da unten stehen. Bitte. Ja, was? Äh, hier unten liegt grüner Kram. Was für grüner Kram? Im Wasser, hier. Erze. So hab ich darunter gebrochen. Erze? Da. Hier. Ich weiß nicht, wo du bist. Jetzt sind die D-Spawn. Ich hab's nicht gesehen. Das hab ich gemerkt. Ich bin da. Wie, du bist da? Ich hab den Treibstoff gefunden. Hä? Doch nicht. Nee, das ist der unten. Der muss bis zu oben. Ich bin da. Lüge nicht. Vielleicht muss ich hier stampfen. In Wasser. Hab ich auch schon überlegt. Aber da ist nichts, wie das das zeigen würde. Nee, das hilft nicht. Das ist, wenn man stampft. Es ist 39 Meter unter uns. Mhm. Ist das ein Rätsel? Ist das ein Endboss? Haben die Fackeln was damit zu tun? Da waren wir auch noch gar nicht, ne? Hast du da rüber gejumpt? Mhm, da waren wir nicht. Da ist auch der rote Kristall. Da ist der Teleporter, der uns fehlt. Hier waren wir noch nicht. Nee. Da hast du recht. Da hat der Nephi recht. Ah, okay. Oh, was denn das für'n, für'n... Ui. Schleidigli. Ja. Das sind Marshmallow-Bäume. Ja, ich hab die auch schon gescannt. Aua. Was sind das? Lava tut weh, by the way. Das sind die Steindinger. Aua. Aua, Lava tut weh. Lava tut weh, by the way. Ah, hier gibt's aber auch noch zwei Legierungen. Hier ist was explodiert. Noch was? Ich häng fest. Ich hab kaum noch Leben. Welcome to the club. Welcome to the club. Today. Warum ist denn das alles explodiert hier? Ich bin hier übrigens auf diesem großen Feld. Da hinten ist eine Legierung. Ja, ja, hier sind zwei auf der Insel. Die ist sogar offen. Warte mal, geht die wieder zu? Ja, die geht zu. Okay, was passiert jetzt? Bossfight. Äh, ja. Ich brauch Leben. Ich bin Bossfight. Wo ist er denn? Da. Bindegalle? Geht mit ihm? Bindegalle hab ich ja, warte. Ich hab auch mal was hier angeworfen. Hab ihn nicht getroffen. Ich hab ihn gebunden. Er hat die Dinger zugemacht. Auf die man schießen kann. Echt? Kann man den nicht binden? Ah, jetzt ist er offen. Den kannst du scheinbar nicht binden. Kann man den nicht binden, oder? Oh, er kann sich teleportieren. Ja, ja, das hab ich gerade gesehen. Dann steh ich hier oben safe und sieht lustig aus, wie du rennst. Ich bin halt ein echter Torero. Hab ihn. Ich hätt ihn nochmal diskutieren lassen. Geht auf jetzt, das Ding? Nein. Da ist noch einer. Oh, da ist wieder was. Oh, der ist neu, Goro. Den müssen wir anätzen. Der ist neu. Ich ätz da mal, ne? Ich hab geätzt. Ich treffe nicht von hier. Ich hab einmal. Ab auch zweimal. Geht auf jetzt. Nein. Da ist halt tatsächlich noch ein dritter, ne? Es sind zwei. Oh, der muss ätzen. Nein, das ist nicht zum Ätzen. Das ist die falsche. Moment. Ich steh mit dir den drin. Der muss stehen bleiben. Er hat sich teleportiert. Ich hab's gesehen. Ich brauch ein Leben. Hier drüben geht's Leben. Dann komm hier hoch, dann können wir tauschen. Ne, ne, ich hab alles in Kontrolle. Ich kite. Du musst schießen. Ich hab einen gemacht. Einer ist weg, einer ist weg. Welcher von beiden? Der harmlosere. Ich weiß nicht, ob dich das beruhigt, aber der harmlosere ist weg. Das ist schön. Nimm dies. Oh mein Gott. Oh, ich stehe in der Lava. Aufgelanderer Schuss kommt, wenn er gleich wieder steht. Down. Ist offen. Hast du toll geguitet. Hast du toll geguitet. Ich stand da oben, hab immer nur den Schuss geladen. Man, lass kurz die Folge werden hier an der Stelle. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, okay. Schaut auch beim Gorobai vorbei. Und wenn ihr beim Gorobai schaut, auch bei mir. Oder lass dich sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.